Die Verantwortung des Einzelnen ist ja der interessante Punkt. Wir hatten ja eine lange Zeit den Engpass bei den Impfstoffen. Jetzt gibt es Impfstoff eigentlich im Überfluss und das ist eher ein Engpass bei der Bereitschaft. Und da gibt es dann alle möglichen Vorschläge. Die Tiroler Neos, glaube ich, haben eine Impflotterie vorgeschlagen, die ungefähr so ausschaut, dass unter denen, die bereit sind, sich impfen zu lassen, dann eine oder mehrere große Geldpreise gewinnen können. Ich glaube, das ging sogar bis zu einer Million Euro. In Amerika, alles aus Amerika übertragen, da haben sie die Lotterien gemacht mit einer Million Dollar und man hat sogar Marihuana-Zigaretten bekommen. Wenn man sich ordentlich impfen hat lassen, das wäre bei uns ein bisschen schwieriger, aber dort hat es geglaubt. Aber das Prinzip finden Sie richtig? Ich meine, alles, was dazu führt, ist positiv. Ich habe gerne und lieber Überzeugung als Bestechung. Aber Sie sind im Grunde dann auch dafür, dass man jemanden, der sich nicht überzeugen lässt, unter Anführungszeichen bestraft, wenn er sich nicht impfen kann. Er muss nicht bestraft werden, sondern er bestraft sich ja selbst. Das ist ja seine freie Wahl. Nicht, wenn er nicht geimpft ist und daher diverse Sachen nicht machen kann, ins Theater gehen kann oder sonst wo hingehen kann, nicht ins Gasthaus gehen kann und so weiter und so fort, dann bestraft er sich ja selbst. Das ist ja nicht eine Strafe, die Gesellschaft ihm auferlegt, sondern es ist seine eigene Strafe. Und ich muss ganz offen sagen, natürlich gibt es manche Berufe, wo man sagen muss, also wenn ein Lehrer sich nicht impfen lassen will, dann muss ich sagen, dann hat er seinen Beruf verfehlt. Und dasselbe gilt für das ganze Personal im Gesundheitsbereich. Natürlich sind die höher, nicht bei Ihnen, in Ihrer Pathologie wahrscheinlich, aber in den anderen Stationen natürlich höher gefährdet. Also ich meine, das ist ja völlig klar, dass jemand, der Autobus fährt, dass der auch einen Führerschein haben soll. Und wenn jemand damit zu tun hat, dass er mit anderen Menschen in Kontakt bleibt und dort übertragen kann, dann muss er sich halt impfen lassen. Aber Sie sagen, er bestraft sich selbst. Das könnte man natürlich auch als Euphemismus interpretieren. Ja, da darf ich Ihnen ganz kurz mal ein bisschen schelten. Also Gerichtsmediziner haben nicht nur mit Toten zu tun, sondern haben vor allen Dingen viele Problemgruppen. Kriminelle, Ausländer, soziale Randgruppen. Also wir haben sogar eine ganz besondere Gefährdungssituation. Deswegen gehören wir auch zu denjenigen, die zuerst geimpft werden sollten. Sie haben nur vorher gesagt, dass man die Angst hatte am Anfang, wenn man Corona-Tote, das habe ich ansprechen wollen, das andere nicht, natürlich. Aber das haben Sie ja selbst gesagt. Aber bleiben wir bitte bei der Frage nach der Fremd- oder Selbstbestrafung, die finde ich sehr interessant. Frau Neigl, Herr Mahr, könnte man sagen, fordert indirekt eine Art Impfpflicht. Er sagt nur, es wird nicht derjenige, der sich nicht impfen lässt, bestraft, indem er keinen Zugang zu Teilen des Soziallebens hat, sondern er bestraft sich selbst. Können Sie den Gedanken nachvollziehen? Nein, überhaupt nicht. Also ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der die Selbstbestimmung des Einzelnen, des Individuums, den absoluten Vorrang hat. Ich bin mir über den Artikel 3 Grundgesetz der Grundrechte der Charta der EU bewusst. Ich weiß, was in dem Nürnberger Kodex drin steht. Man darf zu keiner Behandlung gezwungen werden. Ich bin dafür, dass jeder frei bestimmt, ob er sich impfen lässt oder auch nicht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass eine Herdenimmunität nur mit einer Impfung möglich ist. Die Herdenimmunität entwickelt sich natürlich auch durch die Bewegung der gesamten Gesellschaft. Und wenn man das so sehe, wie Sie das sehen, dann müssten ja all diejenigen, die jetzt an den Impfungen gestorben sind, man kann in der EMA nachschauen, fast über eine halbe Million schwere Nebenwirkungen aufgrund einer bedingten... Sehr, sehr viel tun. Offensichtlich, ja natürlich, es sind fast 11.000 noch was. Und die muss man einfach auch mal ansprechen. Das müssten auch die Medien tun. Sie als Medium-Mogul müssten solche Dinge eigentlich wissen. Ein Mogul. Oder wer auch immer. Sie müssten wissen, dass es auch Nebenwirkungen gibt, schwere Nebenwirkungen, dass es auch Tote gibt. Und man muss die Bevölkerung darüber aufklären. Es ist sicher ein Weg. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin kein Mediziner. Aber wir wissen, es ist eine bedingte Zulassung. Die Studien laufen noch. Das heißt, es ist nicht abgeschlossen. Und man muss einfach die Risiken einfach auch kommunizieren. Und deswegen sagen Sie, es muss jeder individuell das Recht haben, darüber zu entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Grundsätzlich, ja. Sagt ja auch Herr Maas, sagen auch die Politiker, Sie sagen nur dazu, wenn Sie die Entscheidung treffen, sich nicht impfen zu lassen, dann müssen Sie auch, wenn man so will, die Konsequenzen daraus tragen, nämlich nur einen Teilzugang zum gesellschaftlichen Leben zu haben. Und das halte ich für falsch und ich halte es auch für nicht, also rechtlich auch nicht haltbar. Es gibt eine Europa-Resolution, das ist die Menschenrechtskommission für europäische Menschenrechte vom 27. Januar 2021, Nummer 2361. Da steht ganz klar drin, was diese Situation betrifft, gerade mit den Impfungen wegen Corona. Es darf keiner benachteiligt werden, es muss frei entschieden werden. Es dürfen keine Restriktionen gegen diejenigen gemacht werden, die sich nicht impfen lassen wollen, erstens, oder auch können. Es gibt ja auch diverse Gruppen, die vielleicht sich gar nicht impfen lassen können. Das ist natürlich was ganz anderes. Naja, wie wollen Sie das unterscheiden? Als Arzt kann man das vielleicht unterscheiden. Und es gibt eine ganz klare Antidiskriminierungsgrundlage in Europa, das ist der Artikel 21 der Grundrechtecharta der EU. Man darf bestimmte Gruppen von Menschen nicht diskriminieren. Die gelten auch für diejenigen, die eventuell noch nicht bereit sind, eine bedingte Zulassung anzunehmen, sich davon impfen zu lassen. Weil sie auch letztendlich im Moment die Haftung übernehmen müssen. Müssen alle unterschreiben, müssen die Haftung übernehmen. Und das sind im Moment solche offenen Fragen. Normalerweise braucht eine Zulassung Jahre. Das haben wir hier alles nicht gegeben. Ich würde schon sagen, dass man diese Aspekte einfach mal in die Runde werfen muss. Man kann da nicht Druck auf Leute ausüben. Deswegen habe ich gesagt, auf meine Konzerte dürfen alle kommen, ob geimpft oder auch nicht. Es gibt keine Apartheid in unserem... Das dürfen sich alle anstecken in ihren Konzerten. Das ist doch vollkommen Quatsch. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich testen lassen kann. Da kann man ja alles wegschmeißen. Dann braucht man sich auch nicht testen lassen. Und wieso gibt es denn Menschen, die geimpft sind und trotzdem Corona-infiziert? Sie schaden den Künstlern mehr, als die Politiker, denen es nichts geben. Das würde ich so nicht sehen. Ich sehe das ein bisschen anders. Das ist ja interessant, nicht? Herr Mahr hat gleich gesagt, wenn eine gewisse Skepsis gegenüber den Impfstoffen wegen ihrer bedingten Zulassung... Ich bin kein Impfverweigerer, das wollte ich nur sagen. Ich bin kein Impfgegner. Dann kommt sehr schnell Fake News. Und wer da skeptisch ist, muss momentan damit rechnen, dass er dann eher für einen Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker gehalten wird. Geht Ihnen das zu weit? Oder würden Sie auch sagen, an der Impfung sollte man eigentlich keinen Zweifel haben? Erstens glaube ich, wir sollten einander zuhören. Wir sollten einander aussprechen lassen. Wir sollten die Gedanken des anderen nicht a priori vernichtend auf die Seite schieben. Respekt ist etwas, was über alle Grenzen hinweg gelten sollte. Wenn ich von mir sprechen darf, ich bin seit 40 Jahren Arzt, fast in acht Monaten. Ich impfe so lange. Ich habe bei der Herfahrt im Auto ausgerechnet, ich habe hunderttausende Impfungen verabreicht und muss schon sagen, ich bin auch Corona geimpft. Und es gelingt mir in der Ordination fast jeden Patienten zu überzeugen. Und ganz selten, dass jemand einmal wirklich nicht will. Das muss man respektieren, finde ich. Aber so viele Nebenwirkungen wie auf diese Impfung habe ich einfach noch nicht gesehen. Und ich bin sicher, ein Arzt, der versucht zu kalmieren, den Patienten die Angst zu nehmen. Natürlich ist die Erwartungshaltung an die Nebenwirkung der Impfung groß. Und dann kommt die Nebenwirkung auch eher. Das wissen wir. Es gibt ja auch da einen Nocebo-Effekt, wie den Placebo-Effekt. Trotzdem, so viele Nebenwirkungen gab es noch nie auf eine Impfung. Und Sie dürfen das nicht mit der Masern-Impfung vergleichen, wo ich nie Nebenwirkungen gesehen habe. Herr Löwi, darf ich da nur noch eins anfügen, weil ich möchte dann einen Schritt weiter gehen. Diese Impf-Skepsis gibt es ja und die gibt es auch besonders, wenn jetzt dann der nächste Schritt kommt, der gefordert wird, dass man nämlich nicht nur Jugendliche ab 12, sondern auch Schulkinder in der Grundschule impft. Wie stehen Sie dazu? Ich möchte es ganz kurz ausführen. Ich denke, dass für ältere Patienten die Gefahr, die durch Corona ausgeht, so groß ist, die Gefahr der Nebenwirkungen durch die Impfung so groß. Braucht man nicht diskutieren, müssen sich alle impfen lassen. Überhaupt keine Diskussion. Ich finde, es sollten jetzt langsam alle Risikogruppen und vor allem ältere Patienten geimpft sein. Sie hatten alle die Chance dazu. Jetzt kommen wir aber zum Kind. Beim Kind ist die Gefahr, dass Corona etwas passiert, so groß. Die Gefahr der Nebenwirkung der Impfung bleibt so groß. Ich weiß nicht, wo mich das Kind impfen sollte. Lassen wir es doch krank werden. Ich bin auch der Meinung, dass wir eine Herdenimmunität gewinnen werden durch die Impfung derer, die es wollen und sollen. Und wir müssen mehr Überzeugungsarbeit leisten. Ich finde die Impfung eigentlich großartig. Ich denke, man sollte nicht polemisieren. Man sollte einfach schauen, wie die Datenlage in fünf Jahren sein wird. Alle, die sagen, die Impfung ist harmlos, können das nicht sagen. Es gibt keine Langzeit-Schopier. Kann man das so zusammenfassen, dass Sie sagen, Sie würden Kinder nicht impfen? Ich würde Risikokinder impfen. Ich würde jedes Kind nach einer ausführlichen Evaluierung impfen, wo ich sage, die Gefahr der Impfung ist sicherlich kleiner als der Nutzen. Das ist das Risiko, dass der Mensch hat. Sie ist ja, Herr Maar, finden aber, dass eigentlich alle Schulkinder geimpft werden. Nein, habe ich nie gesagt, habe ich nie gesagt. Ich rede von Erwachsenen. Ich meine, in Deutschland ist die Korte ja noch nicht einmal zugelassen. Impfungen. Finde ich sehr vernünftig im Übrigen. Die können wir das erklären, auch für das Publikum, ist die ständige Impfkommission. Ständige Impfkommission, die deutsche Ständige Impfkommission. Ich habe selbst eine 15-jährige Tochter, 14, 15 wird sie jetzt. Die wird das selber entscheiden. Die lässt sich alles durch aus. Die will im Moment derzeit nicht. Ich finde, bei den Kindern, da folge ich voll dem Argument vom Herrn Doktor, ist das Verhältnis zwischen Gefahr und Impfung, Nebenwirkungen, nicht ausreichend groß. Während es bei den Erwachsenen, die ohne Vorerkrankung sind, extrem unterschiedlich ist und es daher verantwortungslos ist, das ist meine Einstellung, es nicht zu tun. Aber wenn er krank werden will, dann müssen wir ihm das lassen. Ich betreue eine Karzinom-Patientin, die ich überzeugen wollte, sich vor der Chemotherapie jetzt impfen zu lassen. Und sie lehnt es kategorisch ab. Sie ist eine der wenigen, wo es mir nicht gelingt. Ich habe dann einfach die Kurve gekratzt und sie auf diesem Weg auch unterstützt. Das hat ja keinen Sinn, wenn ihr ja noch mehr Angst macht. Wir müssen ja reden, von wo es ausgeht. Wenn dasselbe Lehrer sind oder Personal in Gesundheitsberufen, dann ist das schon was anderes. Wir können Menschen nicht zwingen, einen Eingriff in ihr Immunsystem vornehmen, lassen zu müssen. Wir können sie überzeugen, wir können sie bitten. Wir dürfen Menschen nicht zwingen. Wir sind wie die römisch-katholische Kirche, die tief ins Gehirn penetriert hat. Die Medizin darf nicht. Die Haut ist meine Außengrenze. Der Patient muss selbst entscheiden dürfen. Darf ich den Mediziner was fragen unter uns? Also für jemanden, der kein Mediziner ist, wie zum Beispiel ich. Und ich kriege mit, es ist eine bedingte Zulassung. Der normale Weg einer Zulassung dauert über Jahre. Es gibt zwei, drei, dritte Studie, vierte Studie. Jetzt sind wir hier gerade in der dritten Studie. Das ist doch richtig. Mittendrin. Nein, die Impfung wird zugelassen. Aber eine bedingte Zulassung, das ist eindeutig. So ist es auch kommuniziert und so steht es auch bei der Europäischen Kommission. Aber das heißt nicht, dass es keine Phase 3 gegeben hat? Man konnte nur... Naja, eine Phase 3 muss normalerweise zwei, drei, vier Jahre sein. Also die Phase 3, soweit ich das als Laie weiß, bedeutet die Nebenwirkungen, die langfristig sind. Zum Beispiel auch, wenn man Kinder bekommt und so weiter. Das ist hier alles übersprungen. Also ist es doch schon alleine deswegen moralisch und ethisch überhaupt nicht vertretbar zu sagen, das ist alles 100% sicher, weil wir haben bei einer Masernimpfung, ich weiß nicht, wie lange die schon auf dem Markt ist, Sie werden das alle wissen, ein paar Jahrzehnte, da weiß man, was mit den Menschen passiert. Man weiß, wie das ist in vier, fünf Jahren. Man kennt die Folgen. Man kann die Nebenwirkungen sehr gut einschätzen. Das ist jetzt hier zum Beispiel nicht der Fall. Das war eine Frage, die Ärzte vielleicht kurz antworten. Ich will das aber wissen, wieso? Ja, sehr gerne. Also ich bin in sehr vielen Punkten mit Ihnen konform, aber in einem Punkt stimme ich nicht überein. Wir haben auch bei allen diesen derzeit zugelassenen Vakzinen, egal welches Produkt, um welches Produkt wir jetzt diskutieren, wir sind mit all diesen Produkten in der Phase 4. Das heißt, jedes Produkt läuft eine Produktentwicklung, 1, 2, 3 und 4. 4 bedeutet Zulassung, unabhängig davon, ob das eine Notfallzulassung ist oder nicht. Es ist eine Zulassung und damit sind wir in der Phase 4. Die Phasen 1, 2 und 3 wurden nicht übersprungen. Sie wurden verkürzt. Sie wurden teleskopiert, wie das bei uns heißt. Teleskopiert bedeutet, man versucht die Zeitspannen sozusagen zu optimieren und verkürzt die einzelnen Phasen, aber sie wurden nicht übersprungen. Ich gebe Ihnen aber schon in dem Punkt recht, dass man selbstverständlich, wenn man diese Testphasen verkürzt, die Phase 1, 2 und 3, wenn man das auf wenige Monate oder ein halbes Jahr reduziert, dass die Datenqualität, die man in dieser kurzen Zeit sammeln kann, unmöglich die gleiche sein kann, wie in einer Studie über viele Jahre. Das muss man doch realistisch sehen. Man kann doch nicht Jahre... Wir sind ja hier konform. Die Datenqualität, sage ich, kann nicht die gleiche sein. Aber was macht man denn jetzt? Man versucht jetzt in der Phase 4 all diese Daten rückwirkend zu sammeln, die man in der Phase 1 bis 3 sozusagen verpasst hat. Darf ich aber eine Frage stellen? Üblicherweise ist es so, die meisten Stoffe werden nicht verkürzt auf den Markt gebracht, nicht mit einer verkürzten Testphase zugelassen. Bedeutet, all das, was jetzt geschieht, wird normalerweise durch die Labore der Firmen durchgeführt, mit Probanden. Das geschieht jetzt aber hier in mitten der Bevölkerung. Das heißt, die Erfahrungswerte, sei es die schweren Nebenwirkungen, auch die Todeszahlen, und die sind erheblich, die findet man in der EMA. Die laufen über offizielle Zulassung, auch wenn sie bedingt ist. Das ist normalerweise doch eigentlich etwas, was die Firma vorher macht. Normalerweise. Also wie gesagt, ich weiß von 6, 7 Jahren, bevor so etwas rausgeht. Ich bin kein Arzt, aber ich finde schon, man muss den Menschen die Chance geben, sich bis dahin mal das anzusehen und zu sagen, nö, also auf Versuche dieser Art möchte ich mich nicht einlassen. Ich bin wie gesagt kein Impfgegner, auch ich wurde schon mehrfach geimpft, aber ich finde, man muss einfach die Kirche im Dorf lassen, und man darf die Leute nicht diskriminieren und sie so psychisch, moralisch oder auch wirtschaftlich unter Druck setzen. Und es ist, wie gesagt, der Europarat hat auch gesagt, es ist menschenrechtsverletzend. Man soll es gar nicht tun. Ich glaube, der Grund, auch für diese Verkürzungen, ist ja immer, dass man sagt, was wären die Alternativen, und der Wunsch, den alle haben, egal ob es jetzt große Befürworter oder Skeptiker sind gegenüber dem Impfen, ist ja, dass wir aus dieser Situation, in der wir sind und jetzt 18 Monate waren, wieder rauskommen in so etwas wie Normalität. Und da sagen nun sehr viele, einer der wichtigsten Wege oder vielleicht der wichtigste Weg zurück in diese Normalität sei die Impfung. Jetzt kann man sagen, wir hatten jetzt ja auch einige Wochen so etwas wie Normalität. Und jetzt wendet sich das Blatt gerade wieder. Bis vor kurzem, hören wir vielleicht noch mal kurz rein, was vor gar nicht so langer Zeit der österreichische Bundeskanzler Kurz über diesen Sommer gesagt hat und was dann daraus geworden ist. Bestens gelaunt und schwer optimistisch trat Kanzler Sebastian Kurz noch am 17. Juni vor die Presse. Es kann wieder getanzt, gefeiert und geheiratet werden, sagte Kurz und versprach den Bürgern einen Sommer wie damals. Von diesem unbeschwerten Sommer scheint nun jedoch wenig übrig zu bleiben. Nach erneut steigenden Infektionszahlen zieht die Regierung bei Maskenpflicht und im Nachtleben wieder die Schrauben an. Und große Pop-Events wie das Frequency Festival in St. Pölten wurden inzwischen wieder komplett abgesagt. Und aus der bisherigen 3G-Regel wird nun teilweise eine 2G-Regel. Vom Coronavirus Genesene unterliegen seit dieser Woche wieder der Testpflicht, wenn sie am Club- und Barleben teilhaben wollen. Herr Löwitt, Konzerte werden abgesagt. Gerade gesagt worden, auch dieses große Festival mit 40.000 Besuchen. Maskenpflicht gilt immer noch. In Wien auch in allen Geschäften. Also es geht wieder in Richtung Verschärfungen. Zugleich, was auch medizinisch interessant ist, erkennt man eigentlich Genesenen sozusagen den Status ab, dass sie eigentlich genauso immunisiert wie geimpft sind. Was medizinisch, glaube ich, ein bisschen fragwürdig ist, die Inzidenzzahlen steigen. Sie haben das zuerst angedeutet. Wenn das jetzt in erster Linie bei jüngeren Leuten ist, würden Sie sagen, man soll das so lassen und so etwas wie eine Vergrößerung der Herdenimmunität durch Ansteckung riskieren? Wenn Sie mich so direkt fragen, möchte ich ganz ehrlich direkt antworten. Ich denke, es ist so weit, dass wir wieder zu einer Art Normalität zurückkehren sollten. Und wenn unsere Impfung das hält, was wir versprechen, dann sollte es eigentlich so sein, dass die, die in Gefahr sind, geschützt sind. Wer nicht geschützt ist, ist selbst schuld und wird die Konsequenzen ertragen. Sei es Krankheit, sei es Intensivstation, sei es Tod. Achtung, alle Menschen sterben irgendwann am Ende des Lebens. Und lassen wir doch die, die krank werden, krank werden. Wir sind, glaube ich, fast schon dort, wo wir, das würde ich überhaupt auch einmal zum Denken, zu Bedenken geben, normale Grippewellen, gibt es ja keine Grippe mehr, seit wir das alles so auf Null geschalten haben. Vielleicht machen wir das ab jetzt, jeden Winter, dann haben wir auch keine Grippekranken. Also ich finde, manche Dinge, und ich nehme Corona sehr ernst, ich nehme es in meiner Ordination sehr ernst, gehen ins Absurde. Und damit könnte jetzt langsam, glaube ich, Schluss sein. Aber das heißt, Herr Büschel, der österreichische Bundeskanzler hat das fast philosophisch ausgedrückt und hat gesagt, jetzt, wo der Großteil der über 50er-Jährigen geimpft ist und jedenfalls jeder, der das will und so ein Risiko sieht, geimpft werden kann, weil ausreichend Impfstoff ist, damit ist eigentlich die Rolle des Staates sozusagen als Regulator vorbei. Und Corona wird zum individuellen gesundheitlichen Risiko, dem jeder auf seine Weise begegnen kann, indem er sich durch eine Impfung immunisiert oder sich der Ansteckung aussetzt und glaubt, dass er, weil er ein gesundes Immunsystem hat, einen milden Verlauf hat und dann immunisiert ist. Würden Sie dem zustimmen? So wie Herr Löwitz sagt, eigentlich, und es gibt auch viele hochrangige Mediziner, die sagen, sobald jeder, der sich so gefährdet fühlt, die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen, ist eigentlich die Rolle des Staates vorbei. Also ich muss verschiedene Dinge sagen. Erstmal, ich bin ganz klar für die Vernunft und ich finde es unvernünftig, sich nicht impfen zu lassen. Als Gerichtsmediziner bin ich übrigens gegen fast alles geimpft, was es gibt und kann auch sagen, die Statistik ist eindeutig, Impfungen führen zu einem deutlich verlängerten Leben. Rechtsmediziner, die in internationalen Einsätzen sind, überall auf der Welt, müssen damit rechnen, dass sie auch eine japanische Zecken-Encephalitis bekommen können und ich bin sogar gegen sowas geimpft. Und insgesamt ist die Situation durch die Impfung auch hier in Deutschland natürlich viel besser geworden oder in Europa. Wir müssen sogar dafür sorgen, dass woanders auf der Welt viel mehr geimpft wird. Auch das muss man sagen. Die Problematik liegt jetzt natürlich darin, dass die Alten ihren Impfschutz schon langsam wieder verlieren. Da haben wir noch Aufgaben. Wissen wir nicht genau. Auch wissen wir ganz gut. Nach sechs Monaten wird es schlechter. Deswegen müssen wir uns vielleicht ein drittes Mal impfen lassen. Ich will noch ein Faktum beisteuern, weil hier von den Toten durch Impfungen die Rede ist. Nicht jeder, der im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung stirbt, ist infolge der Impfung gestorben. Sehr ähnlich wie bei Corona. Das ist genauso wie bei Corona. Genau dasselbe Problem, aber andersherum.